Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza, Motorola, Motorola Sporto Fimvo. Wir fahren heute in Cirque Le Mans. Das ist eine recht runde Strecke, wie es aussieht. Viele Geraden. Oh, das wird lustig. Cirque Le Mans, ich glaube, den kenne ich aus der Formel 1. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich mache mal hier Fahrhilfen, gucke ich nochmal was. Ideallinie aus. Nur Bremshilfe, aus. ABS an, ja, Leckung, Normal, Simulation, ich weiß nicht, wo da der Unterschied ist. Hm, bei normal. Stabilitätskontrolle, TCS, TNT an. Nur STM. Machen wir nur STM. Hier, Schaltung, Kupplung machen. Machen wir mal hier, Handschaltung. Dann gibt es halt Automatik. So. Und weiter geht es auf dem Cirque Le Mans. Ich finde den Namen sogar Le Mans. Oh, falsch an, wegen Wein. Ist bestimmt auch einer. Oder der Wein aus Bordeaux. Ach ja, jetzt kann ich einfach schalten. So bin ich es aus Forza Horizon auch gewöhnt. Ja, so fahre ich. Ach, so fahre ich eigentlich nicht. Ja. Schon ein Dritter von 16. Wir sind doch gerade mal losgefahren. Ach, das Runterschalten finde ich so geil. Ah, nein, 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 nein. So schnell kann es gehen. Ah, ich finde die Lichtreflexe so der Hammer. So beben wir dich. Überholen wir auch mal. War ich nicht. Das war mein Auto, aber nicht ich. Nein. Ah, Mann. Jetzt aber los. Komm. Ich hab mal so geguckt, äh, was es eigentlich an Spiele noch für die Xbox-Wonnen gibt. Die kommen natürlich alle noch raus, weil die One halt noch sehr, 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 sehr neu ist. Und ganz ehrlich, es gibt... Oah, Farbe. Oah, Farbe. Das ist doch... So, jetzt aber, komm. Einmal außer Kontrolle, immer außer Kontrolle irgendwie. Warum rutscht der denn so? Neues Abzeichen, neuer Titel freigeschaltet. Wunderbar. Geht recht schnell hier mit den Abzeichnungen. Verdienen finde ich aber auch cool. Dann ist die Spielfreude wenigstens noch da. Bei anderen Spielen, da suchst du die Abzeichnung vergeblich, beziehungsweise die Achievements. Warum bricht der jetzt aus? Also teilweise sag ich mir so bei der Fahrphysik, äh, geht's noch? Und da stehen sie wie die Ameisen, stehen sie da an der Zeit. Gott, wie ich diese Kurve hasse. Oh Gott, ich war so gut. Was ist nur aus mir geworden? Scheiße, siehst du doch halt die Fresse. Ja, der war gut. Oh, ich freu mich schon auf den Lamborghini, Alter. Ich will unbedingt den Lambo fahren. Natürlich werde ich gucken, dass wir so viele Autos wie möglich hier im Let's Play testen. Geh weg. Ich mag dich nicht. Geh weg. Geh weg. Also wenn ich jetzt nicht fahre wie ein Weltenmeister, dann... Alter, Leute! Das ist ein Witz jetzt, oder? Jedes Mal, wenn ich die Reifen quietsche höre, kriege ich Pickel. Ich habe immer Angst, dass wir dann ausbrechen. Ich würde echt mal interessieren, sind das jetzt andere Spieler, die auch vor der Konsole rumgammeln? Oder sind das einfach nur, wo die Fahrten, so wie man fährt, werden die bei Microsoft gespeichert und werden dann bei anderen abgespielt? Also sprich, dass der vor mir, der ist vielleicht schon vorgestern gefahren. Und das, was er gefahren ist hier auf dem Track, wird jetzt bei mir projiziert. Würde mich mal interessieren. Weil da müsste ich bei anderen, müsste ich vielleicht jetzt dann... Weißt du, zum Beispiel, wenn du jetzt morgen fahren würdest, dann würdest du vielleicht mein Auto morgen hier auf dem Track sehen, wenn du denselben Track fährst. So meine ich das. Dass dein Rennen aufgezeichnet wird und nach einer Zeit dann bei anderen wieder abgespielt wird. So könnte ich mir das vorstellen. Funktioniert das? Weil ich glaube kaum, dass jetzt andere Spieler hier gleichzeitig mit mir sitzen. Weil dann würden die definitiv anders fahren, als so geordnet. Weil das kennt man nicht aus Multiplayer. Da reicht dann nur Krieg! Reicht, äh, sagt man dann nur. Also, hm. Ja, weiß noch nicht. So, Renn to End. So. Ja, 4100. Hä? Schlecht. Richtig schlecht. Ja, eigentlich müsste ich jetzt wieder eine Aufnahmepause machen. Schade. Naja, gut. Ratsetzen. Ich gehe dann mal wieder zurück ins Menü. Ich will gerade weiterspielen. So. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Forza Horizon. Ich mache wieder eine Aufnahmepause von... Ein paar... Hoch. Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die Stimmen-Synchronisation jetzt eigentlich schon eingerichtet ist. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich will das auch gar nicht, dass ich die Konsole über die Stimme steuere. Aber wer da gesagt hat, ich sage doch mal Karriere. Äh, nee, nö. Muss ich noch konfigurieren, mache ich aber nicht. Sonst würde er dauernd hier hin und her springen und das würde mich abfacken. So, gut. Wir sehen uns dann morgen wieder. So, vielen, vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Äh, bin ich sehr dankbar natürlich für Kommentare. Bin ich natürlich auch relativ offen, sage ich mal. Äh, du kannst bei mir mal bei, äh, auf meinem Hauptkanal bei YouTube halt vorbeigucken. Twitter oder Facebook, da bin ich auch vertreten. Mittlerweile auch Google Plus, das ist jetzt hier gerade nicht eingeblendet. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Nichts, einfach nichts. Gut. Wir sehen uns vielleicht bei einem neuen oder beim nächsten Video von mir.